gehauen das ist jetzt aber schon schwierige rarer bitte vor allem weil ich gleich tot bin ich brauche unbedingt Dingsis gib mir Dingsis schnell au verdammt äh was soll ja genau ok nächster Versuch verdammt geschloss komm her, yo entwaffnet und jetzt BAM 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 weggehauen au also ihr spinn seid tatsächlich noch die fiesesten obwohl ihr sowas wie die Standardgegner hier in dem Spiel zu sein scheinen komm her, yo der war gut jetzt sollen wir erstmal ein paar Dingsis ein komm ich hau äh dich, euch komm jetzt her Mann und BAM und BAM, ach komm du hast keinen Ausweichskills, also geh weg genau wie du und dich entwaffen wir jetzt mal schnell yo weggehauen verdammter Ninja komm 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 zaaah, yo der war gut und BAM da muss aber auch echt immer so ein aufträglicher Ninja kommen und mir die Tour vermiesen ne komm her, komm her, komm her, komm her und BAM und BAM und wow Combo, yeah komm und du bist auch kein Problem, ach wenn ich bewusst hätte, dass hier Dingsis sind dann nicht so direkt durch die anderen vorhin, egal, ja aber durch rennen, Schlüsseleinsacken, noch ein Ding sie einsammeln und dann gehen wir hier raus ok wir gehen hier hoch yay so und dann holen wir uns das grüne Zeusch wie auch immer hochsprung hochsprung und hochsprung ne, das was soll ich denn da hinkommen jetzt mal rennen wir hier rüber dann schleim wir nach unten und damit ganz viel anlauf jaaaaaaah anlauf und dann hat der anlauf im Grund nichts gemacht, egal und jetzt mal mit anlauf anlauf, 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 anlauf und ne, ne, das bringt nichts ich komm da nicht so hin hm vielleicht muss ich irgendwie das ganze mit dem Handel vielleicht mit dem Hubschrauber oder so versuchen oder ach ich guck mal einfach nach einem anderen Weg pschu was ist denn wenn wir nochmal hier hoch gehen äh auch nichts weiter, ne ne also wenn wir nochmal weiter nach links gehen ähm 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 nichts ne was soll man denn da hinkommen hm gucken wir nochmal hier rüber wahrscheinlich habe ich irgendwie einen Sprung vergessen oder also so wie team ist das hier die grüne Bahn im Grunde schlampt ah jetzt habe ich genug Speed gehabt ok ok jetzt muss ich hier runter ja ich habe echt mit Angst jetzt das falsch zu machen hm egal also springen wir hier hoch und da hoch und dann rennen wir und dann rennen wir zurück und darauf haben wir ganz viel Speed und ja überjump ach da oben ok wie komme ich jetzt da oben hin aha mit diesem Bungee sei hier Bungee und da sind wir bei der Disco Kugel Splitter Teil hast du nicht gesehen wir sammeln erstmal ein paar Dinge sich ein damit wir wieder full HP haben und so und hier haben wir einen neuen Gegnertypen die Ente ne wir hatten schon die Ente zack wow und Spinne weggehauen und Spinne weggehauen und also solange sie nicht irgendwie durch irgendwelche Hüte beschützt sind oder so sind die echt einfach aber mit sind die halt böse komm her Ente zack komm ah du verdammte Scheiß Ente komm her schlitz schlitz pack zack und oh Gott und weggehauen und mit ganz viel Anlauf weggehauen und nochmal komm 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 komm3 zack NEIN jetzt komm mite ich doch nur töten Dankeschön so 52 weggekrittelt mit 34 nicht ganz weggekrittelt, aber mit 31 weggekrittelt und dann haben wir gewonnen. Yeah, we win! Nimm mich auch einfach auf, auch wenn die irgendwie rumdiskutiert oder was weiß ich. Egal. Wir wollen jetzt erstmal zu der Party. Party! Falls ich da überhaupt noch mal hinkomme. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo das ist. Egal. Dann gehen wir doch jetzt mal in die andere Richtung. Yay! Wuhu! Rennen! Um ins Leben! Und weiter! Und weiter! Und noch weiter! Hallo Spinne, was geht ab? So, wir sind oben. So, jetzt könnten wir theoretisch hier weitergehen. Ich möchte aber doch lieber... Au! Ich möchte doch lieber nochmal zur Disco-Parry. Weil da gibt's Party und so. Nicht geschafft! Also noch eins versuchen. Yay, 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 yay. Und wuhu! Und noch mehr, und wuhu! Und... Oh, wie geht's! Wuhu! Und was ist das? Wuhu! Jetzt schaffen wir's aber! Yay! Awesome! Und nochmal schaffen! Juhu! Und dann können wir... Oh Gott! Nein! Darn! Du musst doch hoch! Lasst... Gebt mich da hoch! Und... Yes! Oh! Oder? Musst... Nee. Musste ich jetzt da hoch, oder nicht? Äh, nee. Musste ich nicht, oder? Oh Gott. Ich weiß es nicht mehr! Ah! Aber... Ich würde sagen... Oh, verdammt! Wir gehen ja jetzt mal raus! Und... Dann sehen wir uns gleich wieder! So! Da sind wir wieder! Und wir machen mal eben weiter und suchen... Jetzt... Spring runter, danke! Und suchen jetzt nach dem verschwundenen Raum... Der auf einmal verschwunden ist... Dann springen wir hier... Ja, angreifen wir hier! Sehr gut! Also können wir weitermachen! Ich bemerke gerade, dass wir... Alle, die wenig HP haben! Aber egal! Och! Dumm! Zum Glück erhält er keinen Fallschaden! Das ist sehr gut! So, ich will jetzt unbedingt zur Party! Party! Ich bin noch mal heute Party! Äh, nein! Ach, verdammt! Ach, was tue ich? So, jetzt bitte hoch springen! Dankeschön! Und noch höher springen! Nochmal Dankeschön! Und jetzt können wir bitte Danke weitergeben! So, aber wo war denn jetzt nochmal diese Party? Pfff, dann ist es einfach hier oben! Oder? Ne, sie war nicht... Sie war da unten! Oder? Gott! Ich weiß nicht... Ach, die hat da! Party! Ich habe euch eine Disco-Code mitgebracht! Yey! Sparsom! Aber was dafür bekommen tue ich nicht! Hm, scheinbar! Egal! Also machen wir ein bisschen Party! Wir tanzen die ganzen Arme! Okay! Das heißt, wir können weitergehen! Naja... So, und... Uuuuui! Zack! Und immer noch kein Fallschaden! Was ich extrem gut finde! Weil mit wäre das Ganze hier echt schwierig! So, wir können weitergehen! Und hier finden wir weitere Piratenhüte! Na, komm schon! Und ein Ninja! Bleh! Indem wir gleich mal spontan reinspringen aus Freude! So, wir können... Einen... Salto rennen! Äh, ein Looping rennen! Heißt das so! So, und wir können hier hoch springen und hangeln und... Hast ja nicht gesehen! So, jetzt kommen... Achso, wir müssen extra runterdrücken, damit wir runterbekommen! Spring drücken! Ist auch nur... Jetzt gehen wir doch mal aus dem Weg hier! Danke! Mann! Äh! Das üben wir nochmal mit dem Molljumps! So, danke! Ähm... Ja, au! Danke! Mann! Weg! Dankeschön! So, ich möchte gerne hier rübersp... Oh, man! Was ist denn? Jetzt kommt... Oh, du scheiß Spinner! Ein Tier! Ja, gegen eine Wand hauen! Macht Spaß! So! Äh, wie sollen wir denn jetzt wieder hier hochkommen? Hallo? Wo? Ähm! Nicht in die Spinner einrennen! Dankeschön! So! Jetzt spring doch mal richtig! Danke! Hat ja auch nur drei Anläufe gebraucht! So! Und hier rüber! Hier... Oh, nein! Oh, danke! So! Äh, man! Was mach ich denn da? Ich darf nicht so hektisch spielen! Wööööööööh! Nee, da kommen wir natürlich. Dann brauchen wir Anlauf! Also holen wir uns Anlauf! Und schaffen es! Und schaffen es nochmal! Und schaffen es nochmal! Jetzt geht er hoch. Danke. Und rüberspringen. Oh Gott, jetzt habe ich gedacht, er hält sich fest. Awarte. Okay. Wir können hier ride. Und hier hinter befindet sich unsere Schwester. Yay, was geht ab? Ja, wir haben deine Messages gelesen. Ja, bla bla bla. Oh nein, unsere eigene Schwester bringt uns zurück. Wer hat damit gerechnet? Ich kann nicht steuern. Und landen beim alten Piraten-Typ-Teil. Käpt'n. Mit dem Regenbogen-Bart. Ah, bla bla. Ja, von mir aus ist mir auch egal. Ich möchte mit dem Spiel langsam mal durchkommen. Das dauert schon wieder viel zu lange hier. Aber so den Hut finde ich cool. Naja. Ja. 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 Ja.